Musik Und dann mit der Löhrchen und willkommen zurück, liebe Sportsfreunde, zu Inazuma 11 Ultimate bei Inazuma 11 2. Und ihr seht schon, ich bin jetzt irgendwie ganz anders wie beim letzten Mal, denn ich habe jetzt ein bisschen weiter gespielt bei der Story. Vorhin war ich bei Kapitel 5 oder 6, jetzt bin ich bei Kapitel Nummero, da sieht man es nicht, am Speicherstand sieht man, ich bin gerade bei Kapitel Nummero 8. Und bin jetzt storymäßig bei Okinawa, genau. Also ich habe mal soweit gespielt, bis ich hier unten die ganze Tour fertig spielen kann. Also die Tour, die ich gerade mal hier mit dran mache, wo es auch heute wieder weiter geht. Da kann ich jetzt nämlich die nächsten Matches spielen. Beginnend mit der Triple C und nicht, wie ich dachte, der Super Triple C. Das war kein Fehler, aber naja. Jetzt geht es weiter mit der Triple C und danach mit den Folge Matches. Nämlich den Spielen gegen... Ach, das letzte ist die Married Times und das davor war die Foxshore. Das müsste es gewesen sein. Die nächsten drei und dann geht sie oben weiter dann mit den ganzen Aliens-Mannschaften. So, und erstmal, wie gesagt, heute weiter mit der Triple C. Cool, charmant und ich weiß nicht mehr, was das dritte Ziel war. Vielleicht Schokolade? Irgendwie sowas. Also, legen wir gleich mal los. Spielen, jupp, natürlich. Mit dem Story-Bodus-Team. Null Siege, das wird sich ändern. Spielbeginn, jupp. Mit einer Mannschaft, mit ein paar neuen Spielern, logischerweise ein paar neuen Story-Spielern. Alles klar, dann lasst uns mit der großen Fußball-Tour beginnen. Und eins auch vorweg, da das Ganze jetzt mehr oder weniger in einen Rutsch aufnehme, habe ich keine Zeit dazwischen oder jetzt noch davor, andere Spiele abzuwerben. Das mache ich dann, wenn ich da ein bisschen mehr Zeit habe. Jetzt werden erst bei den nächsten drei Matches in einen Rutsch aufgenommen. Nur mal so nebenbei, falls ihr euch nicht wundert. So, dann lasst mit der großen Tour beginnen. So, Touchpad ist wie immer am Start und wir legen los. Mit Suus Mutter. Was mischt ihr jetzt die Mama ein? So, wie wäre es, wenn ihr von vor dem Match ein paar meiner Pfannkuchen probiert? Ich gebe aber auch keinen Rabatt. Ah, Pfannkuchen. Den mag ich extrem gerne. Sie haben immer nur das Geschäftliche im Sinn, stimmt's? Naja, egal. Lass uns spielen. Raimon vs. Triple C von den Osaka-Gals. So, wir haben ein paar neue Spiele drin, nämlich Su, Heartland, Banner war davor schon drin. Turi war vorhin schon drin. Der und der Chance ist neu drin. Der bleibt nichts an nichts zu suchen, da er ein Vorwort ist. Ich weiß nicht, was der jetzt da macht. Ah, gut, da kann ich sie da rumtauschen. Gut, gegen Willi. Äh, Lu, komm rein. Du bist besser. Gut, da haben wir jetzt einen Stürmer wieder hinten, aber... Oder zwei Stürmer hinten. Also wieder alles ein bisschen durcheinander. Genau, warum scottiert da vorne? Da ist die Stürmerleplätze. Mittelfeld, Mittelfeld, Sturm. Ja, irgendwie so. Den Wundern brauche ich nicht vorlesen. Kann ich mal machen. Ich mag's mal ganz kurz. So, Su ist neu dabei. Torjäckerin aus Osaka mit exzellenten Fähigkeiten. Und die Love Interest von Erik. Mehr oder weniger. Ah, stellen wir sie zusammen. Warum nicht? Dieses süße Pärchen. So. Dann ist noch neu. Äh, da, 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 da. Darren. Also heute ist er fast so gut wie sein Vorbild mag. Genau. Und Dings ist noch nicht drin, oder? Der Surfer Sunnyboy. Äh, das Name mir gerade nicht einfällt. Den habe ich noch nicht drin. Genau, der kommt ja später. Der Bergepick auch. So bin ich ja noch nicht. Aber ja. Das ist erstmal soweit unsere Mannschaft. Dann gucken wir weiter zu den super coolen Girls. Und der storymäßig ersten reinen Mädelsmannschaft. So. Aufstellen, mal gucken, wer es alles ist. Wenn man, wenn es nicht juckt, einfach unten klickt, dann könnte das Ganze überspringen. Oder war es die erste Mädelsmannschaft? Gab es im ersten Teil nicht auch eine. In dem ersten Teil gab es noch überhaupt keine Frauen. Am Ball, was echt ein bisschen traurig ist, hat sich gerade zum Glück geändert. So. Marie Moore. Tritt als Straßenkünstlerin in öffentlichen Parks auf. Lily Willow. Töchtige aus Reichenhause. Ist aber trotzdem ganz nett. Es muss aber nicht heißen, dass die aus Reichenhause böse sind. Einige, aber nicht alle. Da ist auch wieder so drin. Hallöchen. Ah, dieser Bart. Ein Traum. Natalie Sunrise. Isst jeden Tag auf ein Heimweg Teigbrächer mit Oktopus. Und hat einen ziemlich schönen Schnuppert. Hillary Bush. Da müssen wir es ein bisschen eingartig. Okay. Wenn der Comedy-Partner nicht spurt, gibt es schon mal Keile. Ah, ne. Sag ich gerade, äh. Ne, die Frau von Bush hieß sie nicht Hillary. Das war ja Hillary Clinton. Ich habe hier gerade ein bisschen verwechselt. Also eine Mischung aus Hillary Clinton und George Bush. Anscheinend. So. Bella Bluebells. Kramp gerne alte Modenschmucke heraus und macht sich damit schick. Was immer ganz praktisch ist. Zum Beispiel auch bei... Ach, wer ist es nochmal? Bei... Ähm... Äh, wer ist es nochmal? Dieser... Äh, Modetrend, den ich auch so cool finde. Und... Ähm... Nicht Kawaii... Äh... Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, da wo man sich auch so mit viel Haarspangen und Accessoires dazugeleistert. Dekorer. Dekorieren. Dekorer. Dekoraki. Das war's. Gut. Rose. Pink Pedal. Hält Tokis Modegeschmack für besser als den von Osaka? Hm, da schreiten die Geister. Hauptstadt oder Land fährt die bessere Mode. Ich bin sehr für die Landhausmodin. Alexia Sainz. Ihre Baseball-Fanate-Familie sieht jedes Spiel im Fernsehen. Okay. Ist das irgendeine Baseball-Spielerin? Alexia Sainz. Vielleicht, wenn man auf Sun spielt. Das könnte sein. Helen Hurst. Ein wenig zu locker. Schärft... Ne. Schläft manchmal plötzlich ein. Warum nicht? Esther Greenland. Arbeitet in der berühmten Fleisch-Spieße-Imbiss ihrer Eltern. Jackie Toge angeblich. Gottiert einen bösen Blick drauf. Mhhh. So. Im Tour ist Daisy Fields. Lernesmeisterin im Sumo. Ist aber manchmal ein ziemliches Baby. Und eine ziemliche Schokoliebhaberin. Denn die war es ja, die angeblich ihre Schokolade verloren hat. Ausgangspielt daraus, dass ein iPhone-Nersu, die ein bisschen Hunger hatte. Und so ging das ganze Drama dann los. So. Da haben wir auch noch ein paar Girls. Dell Closeout. Handelt selbst in Kaufhäusern die Preise um ein Drittel herunter. Das ist krass. Wenn es geht, warum nicht? Amy Spires. Wird aber nicht mehr gehen, da sie sich an den Preis halten müssen von dem her. Gut, gleich auf dem Land geht es eher als auf der Stadt. So. Amy Spires. Besessen von Türmen. Klettert jeden hinauf, den sie sieht. Pion Cash. Osakas beste Geldsendlerin. Ah. Cash. Money, money, cash. Selbst die Banken wollen sie. Aha. Gail Riewel. Ist total begeistert von Volksfesten und dreht dort richtig auf noch so Volksfest-Enthusiast. Ist sehr stark. Und Janine Brock. Übt sich in jeder Mittagspause als Enten-Trainerin. Ah, das ist immer cool. Enten-Trainer. Die mag ich ganz gerne. Entertainer. Ich weiß. Ich fand aber Enten-Trainer ein bisschen witziger. So, Ausstellung des Standard 2. Müsste die von der Faisigwehr sein. So. Ende. Wir haben eine ganz coole Mannschaft. So. Dann legen wir mal los. Da, 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 da. Auch ein ganz cooles Feld. Ich glaube, so ein Straßenfeld ist das hier. Sieht zumindest ein bisschen aus, so betonmäßig. Dann, let's go. So, alle schön gechillte Reiner. Es gibt keine Kampfgeister. Es gibt dafür Techniken. Und man kann kein Absatzfalle machen. Ich komme immer ein bisschen durcheinander. Ich spiele ab und zu immer wieder mal Go. Und dann das hier so hin und her. Da kann man leicht durcheinander kommen. So. Und der Ball ist schon mal weg. Starker Start. Aber Bobby ist da. Mit seinem Vulkanblocker. Den er auch erst sehr kurzen kann. Zählt ein paar Level-Ups. Da, 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 da. So, so. Näher ran. Und dann ist den mit Falterschuss. Ach stimmt, ich wollte das Trikot ändern. Ah. Okay, im nächsten Match. Oder vom nächsten Match. Also gucken wir mal, dass ein paar Tore reingehen. Und das schon das Erste. Bam. Right in your face, bitch. 1 zu 0. Spitzenklasse. So, pausieren. Adrien. Hat geklappt. Technik wie begeistert. Ein Wahnsinn. Was für ein Tor. Ach. Ich habe einen reingelassen. Eigentlich macht sie doch eher die Blütenhüterin. Gott, die gibt doch so coole Technik bei den, bei den Girls hier. Richtig schön, hä? Ästhetische. Nichts mit Planeten, die runterfallen oder sowas. Einfach Schmetterlinge. Oder Blumen. Oder so. Das finde ich ganz schön. Mal was anderes. Trotzdem nicht weniger gefährlich. Ah. So nervig. Gerätchen. Und Ballons klauen. Ah. So ein Kindergarten hier. Gott. Gebt euch mal ab hier. Ich sehe doppelt. Das doppelte Herzblatt. So. Der, 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 der. So, Mut zur Lücke. Ist da. Und Illusionsball. Beide sind Illusionierend. So. Verteidigung ist down. Und Reinersklägen mit. Jo. Nur Kombischuss. Denn Blitzausbruch geht nicht. Der ganze müsste gleich mal einen anderen Partner reinfügen. Da müsste es eigentlich gehen. Obwohl wir bei Blitzausbruch fahre ich normalerweise. Er ist ein Blitenhüter. Weil normalerweise Wallset da. Und Wallset ist sie eigentlich da. Von dem wir müssen jetzt gehen. Und er ist drin übrigens. Bam. 2 zu 0. Hütter. Haha. Ich musste einfach treffen. Ach. Ich kann einen reingelassen. Oh mein Gott. Ach du armes, armes Ding. Die Welt geht runter. Hoppala. Hoppala. Ah. Oh Balloonball. Okay. Den Spruch. Die kann gut blasen. Verkneife ich mir mal. Der brennt ein bisschen auf der Zunge gerade. So. Denn wenn man Fußball aufblasen kann. Dann. Sind Puste-Skills auf jeden Fall da. Nichts weiter vorne. Banyan. Alles cool. Und rein das Ding. Mit. Rosenkavälier. Das ist eine schöne Technik. Mit Rosen. Und Blumen. 3 zu 0. 3 zu 0. Bam. Tor. Tolles Tor. Super geil. Super tolles Tor. Was für ein Tor. Ah. Ich habe einen reingelassen. Oh. Super. Heartland. Bzw. Sue. Mausert sich. Jetzt bin ich noch mehr oder weniger in der Phase. Die ganze Mannschaft so zusammen zu. Klöppeln. Also jetzt immer wieder mal ein paar neue Spieler hier geben. Bis die. Richtige. Mannschaft zusammengeschüttet ist. Ich bin ja noch mittendrin. Gerade bei. Wie gesagt. Kapitel 8 von. 10. Wie steht es doch mal. 3 zu 0. Kommt schon. Erst nicht aufgeben. Aufgeben bringt auch nichts. Ihr seid schon so gut wie tot. So. Let's. Go. Oh Mondhalter. Oh. Erik oder. Wer sagt es. Conville. Können alle nur grätschen. Das ist auch schön. Bändertanz. Nicht so mit Bomben oder Planeten oder. Mauern oder weiß ich was. Einfach so was schönes. So. Trotzdem. Holt euch mal den Ball. Ah. Das geht jetzt nicht zu. Gell. Ah. Ne 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 ne. Geht nix. Okay. Dann. Muss die magische Hand hier. Sonst erleben wir. Ein. Türchen. Das hätte ich nicht so gerne. Bitte. Also. Super. Ah. Du bringst dich wirklich auf die Palme. Wow. Das war ein ziemlich toller Schuss. Hurley. Jetzt haben wir es. Hurley Kane. Das war der. Mit dem Palme Spruch kam ich gerade auf die D. Okay. Palme. Okinaba. Hurley. Hurley Kane. Das war es. Das ist der nächste Spieler der reinkommt. Und das kann ich auch. Trick 13,5 und ein richtiger Schuss müsste vielleicht das 4 zu 0 bringen. Einfach zwischen die beiden Beinchen durch. Super. Geht weiter so Raimon. Geht weiter so Raimon. So. Jetzt ist es halt jetzt. 88. Was für ein Tor. Ah. Ich habe einen reingelassen. Aha. Wie peinlich. Oh mein Gott. Das kann jedenfalls passieren. Aber mir passiert das ganz selten. Na gut. Hier. Ist bereits viermal passiert. Aber. Schwamm drüber. So. Her das Ding. So ein Augenring. Schon besser. Die mit dem komischen Männerbart. Also. Ich habe nichts dagegen. Aber sieht ein bisschen. Gewöhnungsbedürftig aus. Okay. Ein Bätscher. Ah. Power Duft. Auch eine tolle Technik. Das könnte man auch mit Power Gestank machen. Da sie dann vor Gestank umfallen. Das ist ja witzig. Es gibt übrigens. Das habe ich in der Koneko gelesen. In der aktuellen Ausgabe. Es gibt in Japan. Irgend so eine Parfüm. Serie. Wo jeder Duft nach einem bestimmten. Starken. Gestank. Riegt. Und die verkaufen das als Parfüm. In Japan. Das ist ja eigenartig. Na ja. Uwe Kahnblocker. Stark Bobby. So. Geh mir noch eine rein. Ich. Denke. Doch. Das. Ja. Habe ich hin? Nein. Nein. Nicht zu. Random schießen bitte. Danke. Ja. Ich glaube das. Schaffst du das? Ich bin wirklich schon mal. Ah. Diese blöde Bombenmiti. Heißt der Phase vorbei. Und auch heißer Phase vorbei. Bei den Triplern. Die alle einen Tripper haben. Gott fies noch mal. Cool. Und gut aussehen. Oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Ähm. Guter Schuss. Bams. Macht gute Laune. Oh. Nicht schlecht. Ach. Der war knapp. Hm. Du Affen. Ja. Habe ich nicht mehr gesehen. Und leider. Spiel beendet mit 4 zu 0. Okay. Aber es heißt leider. 5 zu 0. Wäre auch. Ganz gut gewesen. Wobei es eh egal. Ich glaube eh schon ein paar. Rang A's. Von dem her. Wäre es egal gewesen. Aber. Hätte ich jetzt ganz gerne gehabt. Wir haben es geschafft. Der Sieg ist unser. Genau. Edmunds. Der nicht beim Spiel richtig aktiv dabei war. Nein. Wir haben verloren. Ich kann es gar nicht glauben. Oh mein Gott. Eine Schock und dann ist wieder alles gut. So. Ein paar Level Ups. Einige Erfahrungspunkte. Ah. Super. Und Erik lernt. Oh. Nandi war Stollen. Sehr stark. Was lernt Erik? Flammendancer. Cool. Flame of the Dancer. So. Sehr stark. Was für eine famose Vorstellung. Sag mir schade. Wenn du die große Husser-Tür wieder spielen möchtest. Das mache ich nämlich. Hm. Vielleicht finden sie noch andere Mannschaften. Die Gegend. Cool. Das ist ja eine Neue. Von da und da und da. Das weiß ich schon. So. Aber. Erstmal will ich wissen. Wer ist deine nächste Mannschaft. Klar. Da oben steht es schon. Dick und fett. Es ist nämlich die. Fauxchor. Oder die Fauxchore. Ich fand die Namen immer schon so eigenartig. Fauxchor. Klingt irgendwie so ein bisschen französisch. Aber die wird unser nächster Gegner sein. Ja. Da hatten wir auch mal. Von dem her. Macht nichts. So. Der nächste Gegner. Fauxchor. Und danach kommt die. Mary Times. Und dann geht das Ganze hier. Oben weiter. Und wenn ich das Spiel durch habe. Wird dann der obere. Und der linke. Wie preigeschaltet. Aber erst mal. Geht es. Hier noch weiter. Mit dem nächsten Match. Gegen die. Fauxchor. Junior High. Genau. Da hinten sah. Gut. Dann würde ich auch sagen. Werde ich meine ganze Party beenden. Und ja. Wie es weiter geht. Ich bin aufgeladen. Das ist wunderbar. Schützenkönig. Geiles Titel. Gut. Dann würde ich mal sagen. Danke fürs Zuschauen. Und bis nächstes Mal. Nicht vergessen. Immer schön am Rundenball bleiben. Bis dann. Ciao.